Wenn alle zusammen hier sind auf dem Berg, das wird so super. Jetzt können wir weiter gehen. Jetzt können wir weiter gehen. Ah, jetzt geht mich die Tür auf. Das kommt von da hinten. Nee, das ist jetzt dieser Scare-Effekt. Ja, jetzt gehen wir bloß weiter. Was war das denn? Ach, ist doch egal. Wir nehmen nichts mit. Oh. Hallo? Warte, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Eine Explosion. Oh. Weil je weniger wir mitschleifen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich das, was ich auslösen will, auch auslöse. Wie soll das so witz sein? Wo ist das so früh in dem hier? Das? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Oh. 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 Oh, mein Laptop hat sich… Also der Stream hat sich verabschiedet. Oh, gleich vier Leute Weißt du was? Nein Nein, ich hab genug Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris Ashley, ich versteh dich, okay? Ich hab wirklich auch echt Angst Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist Und wir abhauen Dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen Wir suchen Sam Gottverdammt Wir leuchten Und ein bisschen Tja, wo du recht hast, hast du recht Ich will nicht recht haben Ich will hier weg Erst finden wir Sam Jaja, jetzt geht's wieder Das ist schon sehr verwirrend immer, ey Ja, jetzt reden wir noch mal mit dem Was meinst du? Was passt nicht zusammen? Was passt nicht zusammen? Alles davon Der Psycho All das verrückte Zeug, das hier abgeht Ich hab das Gefühl, wir übersehen etwas Wenn es euch fällt Dann lasst ein Follow da Wenn es euch fällt Dann lasst Spreien da Ganz einfach Ganz einfach Ich versuche eine Regelmäßigkeit reinzubekommen in die Streams Aber Es funktioniert nicht wie mehr Da will ich gar nicht hin Ich will da hindrehen Das schaut jetzt schon krass aus hier Riesige Segen Da ist definitiv der Haken an der Geschichte Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich Und da müssen wir noch mal hin Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Mhm Gott Kaum sage ich das mit diesem Follows Und ist nur noch eine übrig Egal Joa, dann gehen wir einfach mal Hallo? Oh mein Gott Oh Gott Chris, das ist schon im letzten Jahr Das ist irgendwie Irgendwie unangenehm, oder? Das gibt's auch noch auf Video Sie ist da so So, was? Ihr ist so aufgeregt Sie ist hin und lebendig Aber warum muss man den Scheiß Irgendwo wieder anschauen Und kann das nie überspringen Wow Du warst damals wirklich begeistert davon Matt Was macht ihr denn hier? Das ist grauenvoll Ich bin nicht so mies Joa Scheint dir Spaß gemacht zu haben Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Sie haben einfach nur Spaß gemacht Es sollte doch lustig sein Wenn es euch gefällt Lasst einen Follow da Ich werde dieses Video nie wieder sehen Und wenn ihr dann eben Oh Ganz easy going Mike Oh Chris, 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 Chris Das war gut Was ist denn hier los? Ash, Ash Ganz ruhig, okay? Ich bin doch nicht in Geister Und die Videos Und jede Sekunde Komm runter Hör mir doch einfach mal zu Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab Was? Denkt mal nach Geister benutzen keine Kameras Sie spielen keine Spielchen Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen Vorhin mit Josh Ja, klar Derselbe Typ Der vielleicht auch Sam hat Genau jetzt Vielleicht hast du recht Ich wünschte lieber nicht Jetzt laufen wir dem hinterher Ich hasse diese Steuerung manchmal Wenn sie an eine neue Perspektive geht Ist die echt zum Kotzen Oh Mist Sieht ihr das an? Blut? Vielleicht von Sam Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege Ich hab's, aber Verdammt, ist das Ding schwer Vorsichtig Jetzt komm schon durch Ash Ich kann sie nicht halten Komm schon Chris Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen Tö, also wer immer hier auch blutet Ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen, los Ja, wir folgen Chris ganz definitiv Oh, okay Okay, du hast recht Ich komm mal Ich hab kein Problem, die sich in den Atten da anzulegen Gott sei Dank Ich dachte schon, das Ding zackfestschmech Na komm So, weiter geht's Oh, äh, schweinehälften Das mit den Haken Ja, warum nicht So, dann gehen wir mal da rein Also eigentlich sieht man das schon von Weitem Dass das einfach eine Puppe ist Er läuft sie an den Kahn Wie Sam Chris, ich weiß nicht Und ich dreh hier gleich durch Wo zum Teufel ist Sam Es ist verrückt Es ist verrückt Okay Oh, shit Ah Nein Ja, wir gucken Ja Ja Dann hätte ich es jetzt anders gemacht Dann wäre das Ganze ein bisschen geschlopptter gewesen Aber so geht das ja Oh, shit Oh, Mist Uh, wir sind wieder vier Leute Wie gerade eben Schormi Wenn es euch gefällt Lasst einen Follow da Ansonsten Chill Weil ihr helfen mir mit einem Follow Das ist der Typ, der Joshua unumbrach hat Oh Gott, nein Das bringt natürlich dann auch was Das jemandem hält Oh, die Jungen erst sterben, Chris Ich will noch nicht sterben Niemand wird hier sterben Ich wollte dir nur sagen Es ist so unfair Ja, jetzt komm Jetzt müsste der Halt auch Es ist zu spät Chris, was soll das bringen? Hör auf Sag's Wir reden immer drum herum Und jetzt Ich weine Oh, fünf Leute Ich hab so viel Zeit verschwendet Nichts davon war verschwendet Herzlich Willkommen Und Sie gerade eben schon Wenn es gefällt Lasst einen Follow da Ihr helft mir damit Was meinst du damit, Chris? Und ihr werdet informiert Wann ich wieder springen Ich hätte sagen sollen, was ich fühle Back to the Future Hab ich schon angekündigt Ashley, ich schwöre Wenn wir hier rauskommen Oh Gott 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 Die kommt nächste Woche Ich glaube ich Kommt die raus Oh, das sagtest du auch Äh Ich hab vielleicht nächstes Wochenende So ein wenig Ding Und ein wenig Kupama Ja, wie er ist denn? 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 Das hat es nur nichts gebracht Oh mein Gott Nein 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 Chris 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 No Nein Gott Nein Tödliche Groll Du hast deine Trophäe erhalten Ihr seht ihr das wieder verpixelt Das war Bist du zu weit gegangen Ja Siehst du das nicht? Wahnsinn Benz gibt es den Lastenfaller da Wer hilft mir damit? Zu weit gegangen ist Informiert Wie es weitergeht Also was gibt wir das Recht hier Gott Mit diesen Grollen zu spielen Was macht dich zu was besonderem? Ha? Oder was ihr als für Pixel seht Sagen wir so Das ist die von Kapitel 6 Von Kapitel 7 Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Nichts Was zur Hölle hast du ihnen getan? Nichts Psychopath Psychopath Nö Das sind ja noch zwei äh Zwei Donauwänden Ja klar Trinkst du mir was zum trinken mit der Wasser? Oh Gott Chris Nur du entscheidest Hallo? Zum Glück wir brauchen Hilfe bitte Der Turm stürt Der Turm stürt Lass los Weg Also Jetzt kommen wir Chris in Acht Emily in Acht Und Ashley in Neuen Shit 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 Ever Verlust Lass Untertitelung des ZDF, 2020